Zur spanischen La Liga fehlt noch meine Reaktion auf die Prognose, die ich vor der vergangenen Saison 23-24 gemacht habe und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich da so erzählt habe. Ich weiß nicht mehr allzu viel, wenn ich mir jetzt so die Tabelle anschaue, ist mein Gefühl gar kein allzu schlechtes, aber ich glaube es gibt schon ein paar Ausreißer nach unten, aber ich würde sagen, wir starten einfach rein. Und auf dem letzten Platz fangen wir an mit Kadif, Sie sind wie jedes Jahr Abstiegskandidat. Kadif auf Platz 20, die wurden 18er, also dass sie absteigen, hatte ich recht, letzter wurden sie nicht, hören wir mal rein. Und tatsächlich hatten sie sogar relativ deutlich mehr Punkte als der letzte. Und haben aber oft die Klasse dennoch halten können. Diesmal sehe ich sie sehr schwach. Mit Sergio haben sie zwar einen fähigen Trainer, aber gerade in puncto Kaderqualität war man ohnehin schwach und steht mit den Abgängen von Bongondar und Lozano und den Zugängen von Machis und Escalante auch nicht unbedingt besser da, gerade wenn man die Kader der Aufsteiger betrachtet. Mal schauen, ob sie mich wieder einmal Lügen strafen und doch drin bleiben, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, und wie gesagt, hatte ich recht, dass sie absteigen. Ja, inhaltlich kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Sie waren halt zwei Plätze besser, aber man muss auch sagen, dass Almeria und Granada, die auch abgestiegen sind, viel schlechter waren. Und Kadif hatte mit 33 Punkten jetzt auch nicht allzu viel dazu beigetragen, dass sie, ja, besser als Platz 20, wie ich sie getippt habe, hätten sein können. Letztendlich waren sie Achtzehnter. Nächster Absteiger auf Platz 19 wäre laut mir Ude Almeria. Letzte Saison... Punktlandung. Krass. ...hat man als Aufsteiger zum Ende hin ein wenig nachgelassen und ist nur ganz knapp dem Abstieg entronnen. Stürmer Elbilal Touré wurde für 30 Millionen an Atalanta verkauft mit Aribas Pupil... ...und hat da absolut nicht funktioniert. Und Edgar González haben sie sich aber anderweitig gut verstärkt und auch auf der Trainerposition sehe ich sie mit Vicente Moreno solide aufgestellt. Ich traue ihnen den Klassenerhalt zu, aber ich sehe dieses Jahr einfach keinen ganz klaren Absteiger und deshalb trifft es sie laut meiner Prognose dennoch. Spot on, gute Analyse. Was soll ich da noch zu sagen? Ich habe es eigentlich ganz gut getroffen. Eigentlich ist Qualität im Kader da. Das hat man hin und wieder auch in den Spielen gesehen, aber letztendlich sind sie abgestiegen. Gut, mit 21 Punkten relativ kläglich, aber die Platzierung stimmt und das ist, was zählt. Auf Platz 18 habe ich dann Las Palmas, die als Zweiter aufgestiegen sind. Die haben... Da hatte ich Glück gehabt, denn die waren lange ziemlich sicher im Mittelfeld. Sind dann am Ende nochmal deutlich abgefallen auf Platz 16. Dementsprechend sind es nur zwei Plätze Unterschied zwischen meinem Tipp mit 18 und der Realität. Aber ja, die haben eigentlich schon deutlich besser performt, muss ich sagen. Dementsprechend... Ja, mal schauen, was ich gesagt habe. Haben nur Kaderspieler abgegeben und den Kader vom langjährigen Barca-Jugendtrainer Pimienta klug verstärkt mit Julian Araujo, Perlaje und Sinkgrafen und Munir ablösefrei. Dennoch wird es echt schwer, weil neben der Offensive, angeführt von Kapitän Jonathan Vieira und Riesentalent Molero, die Defensive schon sehr schwach besetzt ist und eine große Schwach... Und Vieira ist im Winter gegangen. Zu Almeria. ...Stelle darstellt, die sie laut meiner Prognose den direkten Gang zurück in Liga 2 antreten lassen würde. Ne, also da lag ich schon relativ klar daneben, auch wenn ich, was die Differenz angeht, noch relativ glimpflich davonkomme. Aber Las Palmas hat spielerisch überzeugt, hatten dennoch eine gute Defensive, hatten sogar eher einen Ballbesitzansatz und das als Aufsteiger mit einem relativ schwachen Kader. Dementsprechend gute Arbeit dort geleistet, auch wenn sie nur 16er wurden am Ende. Auf Platz 17 kommt dann für mich Deportivo Alavest über die Play... Ja, und das ist halt so ein Ausreißer, die haben schon klar überrascht als Aufsteiger, wurden 10. am Ende. ...sind sie ja aufgestiegen nach einer starken Rückrunde, aber immerhin habe ich sie nicht als Absteiger getippt. Sie konnten die Mannschaft größtenteils zusammenhalten und mit Erstliga-Erfahrung und Qualität mit Kike García und Goro Sabel verstärken. Aber der beste Transfer ist für mich die Festverpflichtung von Antonio Blanco von Real Madrid, der eine herausragende U21-EM auf der 6 für Spanien gespielt hat. Auf Platz 6... Ja, ah, das war's schon, war auch durchaus wichtig und Alavest hat dann am Ende schon überrascht mit Platz 10, das habe ich so nicht kommen sehen. Aber ja, wie gesagt, das war ein Ausreißer, dementsprechend sieben Plätze Unterschied zwischen meiner Prognose und der Realität. 16 habe ich Rayo Vallecano, Trainer Iraola... Rayo wurde 17er, ja, da liege ich dann ganz gut. Rayo Vallecano ist in Richtung Premier League abgewandert aufgrund des Erfolgs mit ihnen und wurde jetzt mit Francisco Rodriguez ersetzt, der auch noch jung, aber durchaus auch schon erfahren für sein Alter ist, wenn gleich mich seine bisherige Arbeit nicht vollends überzeugt hat. Um zum Kader zu kommen, haben sie drei extrem wichtige Spieler verloren mit Fran García, Catena und Comesanya, die man nicht wirklich ersetzen konnte. Der Kader ist recht schwach bis auf zwei Spieler, die herausstechen und sie durch die Saison carryen müssen mit Isi Palafon und Raul de Tomas. Sie werden daher, denke ich, nicht wie in den Vorjahren im Mittelfeld landen, sondern eher im Abstiegskampf, aber nicht absteigen. Ja, der letzte Satz hat auf jeden Fall zugetroffen. Am Anfang sah es tatsächlich so aus, dass sie wie die vergangenen Jahre unter Iraola noch relativ sicher im Mittelfeld landen. Aber am Ende sind sie dann doch nochmal deutlich abgefallen, mehr oder weniger in den Abstiegskampf gerutscht, wobei halt die letzten drei nicht allzu viele Punkte hatten, außer Kadif nochmal ein bisschen mehr. Ja, dementsprechend auf 17 Klasse gehalten und ich habe es eigentlich ganz gut getroffen. Auf Platz 15 habe ich eine Mannschaft, die auch letztes Jahr 15 da wurde und zwar ist es Retafe. Die sind mittlerweile... Ah, ich hatte gehofft Mallorca wie in echt. Retafe hat schon nochmal ein bisschen besser performt, wurde 12. Bin ich jetzt aber auch nicht allzu weit weg, vor allem wenn man bedenkt, dass sie nur drei Punkte mehr hatten wie Platz 15. In der Weile ein etabliertes Team in La Liga, auch wenn es so ein bisschen schwankt als zwischen Europa und dann wieder Abstiegskampf. Dennoch ist Trainer Bordalas wieder da und hat sie letzte Saison zum Ende hin dann drin gehalten. Ihre Lebensversicherung fehlt allerdings die komplette Hinrunde mit einem Kreuzbandriss mit Enes Ünal, den... Ja, und ist dann zu Bournemouth gewechselt, als er wieder fit war. ...können sie einfach nicht im Ansatz ersetzen und auch auf dem Transfermarkt haben sie sich nur bedingt verstärkt. Klar, Parleihspieler festverpflichtet, Camona geliehen und ablösefreie Transfers, aber niemand, der sie jetzt auf ein neues Niveau hebt. Mit der Ünal-Rückkehr werden sie in der Rückrunde deutlich mehr Punkte wie in der Hinrunde holen und so dann auf jeden Fall in der Liga bleiben, auch wenn es erstmal ein bisschen holprig werden könnte. Ja, der Ünal-Take hat sich letztendlich erledigt, Retaffe aber eine stabile Saison gespielt. Nach oben ging nicht viel, nach unten aber auch nicht, dementsprechend im Mittelfeld habe ich ein bisschen niedriger erwartet, dementsprechend drei Plätze Unterschied. Auf Platz 14 kommt dann der dritte und letzte verbliebene Aufsteiger im Bunde und zwar ist das Granada. Die sind als erster aufgestiegen... Oh, was? Granada hatte ich als den besten Aufsteiger angesehen und die wurden halt 20. mit nur 21 Punkten. Das ist ein schlechter Take. ...nachdem Paco Lopez mitten in der Saison übernommen hat und sie dadurch noch einmal die Kurve bekommen haben. Mit Kini hat man nur einen Stammspieler verloren, die Rechtsverteidigerposition aber durch den Neuzugang von Wilson Manafort geupgradet, wie den Kader insgesamt mit Vida, Weismann, Jetu, Vallejo mal wieder per Laie von Real und Gerard Gumboh ablösefrei, der trotz Abstieg mit Elche letztes Jahr individuell eine starke Saison gespielt hat. Kleiner Funfact am Rande für die, die es nicht wissen, einer der Leistungsträger ist der mittlerweile 36-jährige Cajon. Ja, gut. Hat jetzt auch nicht allzu viel gebracht. Am Ende klanglos abgestiegen. Da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, zu viel in dem Kader gesehen. Auf jeden Fall kein guter Take. Auf Platz 13 habe ich dann Veltavigo. Letztes Jahr... Was? Nochmal eine Punktlandung? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. ...habe ich sie ja als Überraschung auf Platz 7 getippt und sie haben erst am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Nun ist der neue Trainer Rafa Benitez, den ich aber trotz seiner bisher trainierten Vereine nicht unbedingt als Toplösung ansehe, hat ja unter anderem Real Madrid und auch Liverpool früher mal trainiert. Wurde ja auch dann entlassen im Laufe der Saison. Der Kader wurde aber dennoch gut verstärkt mit Bamba und Manu Sanchez ablösefrei und Starfeld hat man auch unter Marktwert verpflichten können. Verloren hat man nur Ravi Berlan. Die große Frage ist halt noch, ob Top-Talent Gabri Vega bleibt, der wohl jetzt schon der beste Spieler im Kader ist. Ne, ist nach Saudi-Arabien. Persönlich rechne noch er mit einem Wechsel und sehe Vigo im hinteren, aber gesicherten Mittelfeld, sofern es das dieses Jahr geben sollte im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, das gab es auf jeden Fall. Im Vorjahr war ja alles extrem eng zwischen Europa und Abstieg. Jetzt war das überhaupt nicht der Fall. Da ist eine große Lücke zwischen Europa und Abstiegskampf und dementsprechend ist Selta Vigo genau dort gelandet. Lange sah es auch nicht ganz so gut aus, aber hinten raus haben sie es dann doch wieder geschafft, relativ souverän drin zu bleiben. Auf Platz 12 kommt dann das 17. Bundesland aus Deutschland. Nein, Spaß natürlich. Da ist der Erz... Ah, Mallorca auf 12. Also genau getauscht tatsächlich mit Retafe, denn in echt wurden sie 15. Wie gesagt, war das da extrem eng und sie hatten ja auch dafür in der Pokalsaison ein großes Hoch. Da sind sie ins Finale gekommen. Zwar gescheitert, aber in der Liga lief es nicht allzu gut. CD Mallorca und der Hauptgrund neben Torjäger Moriki für die Saison im Mittelfeld letztes Jahr hat sie in Richtung PSG verlassen mit Kreativspieler Kang Gin Lee. Die Einnahmen hat man aber tatsächlich komplett reinvestiert in den Kader. Vor allem die beiden abgestiegenen Lerin und Darder von Valladolid bzw. Espanyol sind starke Neuzugänge, die beide eine herausragende Saison in schlechten Mannschaften hinter sich haben. Sie werden wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben und trotz Potenzial zur Überraschung wohl er erneut im Mittelfeld landen bei mir auf Platz 12. Sie hatten schon ein bisschen was mit dem Abstieg zu tun. Letztendlich ist das nicht passiert. Sie haben da auch wie gesagt den Fokus dann teilweise eher auf den Pokal gelegt wie auf die Liga. Es war auch sehr eng, also sie war nicht weit entfernt von Platz 12, daher gehe ich da auf jeden Fall mit. Auf Platz 11 kommt bei mir dann CD Osasuna nach der Überraschung... Was? Die habe ich auf 11 und sie sind auch in echt auf 11. Überragend. Wobei, ich glaube ich werde es gleich sagen, damals habe ich wahrscheinlich noch damit gerechnet, dass sie die Hinrunde auf jeden Fall international vertreten sind. Aber sie sind ja dann in den Playoffs für die Conference League gescheitert, hatten da aber auch einen extrem starken Gegner bekommen mit Klub Brügge. In der letzten Saison mit Platz 7 und Pokalfinale spricht eigentlich nur ein Grund gegen sie, der aber gleichzeitig ein positiver ist. Und zwar ist das die Dreifachbelastung mit der Conference League Teilnahme. Ansonsten sind sie ein eingespieltes Team, vergleichbar so ein bisschen mit dem SC Freiburg, haben mit Rago Bar Aracete einen Trainer, der seit 2018 im Amt ist und mit Aridan Hernandez nur einen Leistungsträger verloren, den man aber mit Katena als Neuzugang upgraden und vor allem verjüngen konnte. Zudem kam mit Raul Garfia der Zweite der Torjägerliste der zweiten Liga und Mohika als gute Linksverteidigeroption per Laie. Ja, Mohika war ganz gut, Osasuna auch eine stabile Saison gespielt, aber ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass sie international nicht vertreten sein werden, hätte ich sie wahrscheinlich auch etwas höher getippt, weil da ist schon eine gute Qualität da im Kader. Das ist eigentlich ein gutes Zusammenspiel, daher, ja, hatte ich jetzt ein bisschen Glück, aber ganz falsch lag ich es natürlich nicht. Nicht letztendlich sogar komplett richtig. Auf Platz 10 kommt bei mir dann tatsächlich Valencia. Ja, Platz 10 wurden Neunter, kann man machen. Diese Saison war sehr hart mit Abstiegskampf, nachdem man punketechnisch stark underperformed hat, obwohl die Ergebnisse eigentlich immer knapp und recht eng waren. Vereinslegende Ruben Barrara hat sie dann letztendlich zum Klassenerhalt geführt und wird nächste Saison für eine ruhigere Saison sorgen, wobei man jetzt nicht unbedingt Europa oder einen Kampf darum erwarten sollte, denn der Kader ist relativ unverändert. Musa ist in Richtung AC Mailand abgewandert und wurde mit Pepe Lu ersetzt. Generell würde ich sagen, sind sie so die größte Wundertüte und mit Platz 10... Pepe Lu auch mit einer steigenden Saison. ...gehe ich da eigentlich das geringste Risiko ein, weil sie können wirklich überraschen oder wieder mal enttäuschen und deshalb bin ich in der Mitte, glaube ich, echt gut positioniert und mal schauen, was diese Saison so für sie drin ist. Ja, sie waren eigentlich die komplette Saison über, so in etwa in dem Bereich um Platz 10 rum, auch in Reichweite Europa. Letztendlich waren sie aber da schon noch ein bisschen entfernt und ja, hätten sie es auch nicht unbedingt verdient, aber sie waren auf jeden Fall zu Recht in dem Bereich, waren aber auch besser wie alle Mannschaften unter ihnen. Und dementsprechend geht das auf jeden Fall klar. Und wenn ich jetzt mal so schaue, was ich bisher getippt habe, sieht das bis auf Alaves und Granada eigentlich echt gut aus. Und ich glaube, es wird jetzt auch nicht mehr viel schlechter. Nur was die Meisterschaft und so weiter angeht, da habe ich noch ein bisschen ein schlechtes Gefühl, was so meine Erinnerung angeht. Kommen wir in den Bereich der einstelligen Tabellenplätze und da sind eigentlich die acht typischen Teams, die man da erwarten kann, die da eben... Ja stimmt, Sevilla fehlt auch noch, die haben auch enttäuscht. ...meistens sind und eine Überraschung, aber wir fangen erstmal mit einem etablierten Team an und das ist Athletic Bilbao auf der neuen. Oh. Ah, das ist auch nochmal kein allzu guter Tipp worden, Fünfter. Letztes Jahr wurde man ja Achter mit 13 Punkten weniger wie erwartet. Die logische Schlussfolgerung wäre jetzt okay, ohne Dreifachbelastung im Vergleich zu den anderen Top-Teams müssten sie ja jetzt weiter vorne mitspielen. Aber ich glaube... Ja, haben sie auch. Sie werden erneut die erwarteten Punkte underperformen, einfach aufgrund der schwachen Abschlussqualitäten der Williams-Brüder beispielsweise und da man einfach... Ja gut, allzu schlecht war der Take nicht, aber nach so einer EM von Nico Williams hört es sich jetzt natürlich erstmal schlecht an. ...keinen guten Zielspieler vorne drin hat und sich auch keinen herzaubern kann, da transfertechnisch einfach wenig möglich ist aufgrund der Baskin-Regel. Dadurch ist ohnehin relativ wenig Bewegung im Kader drin, was einerseits auch gut sein kann, da man recht eingespielt ist, einen aber auch andererseits limitiert, indem man keine externen Spieler holen kann. Und größtenteils auf die Jugend setzen muss. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Ernesto Valverde schon das Maximum aus dem Kader rausholt und man so erneut um Europa spielen kann, die Saison aber einen Platz niedriger beendet auf Platz 9. Ja, lag ich daneben. Also ich hab's ja eigentlich ganz gut gesagt und sie haben es dann halt besser gemacht. Ja, viel mehr kann ich nicht zu sagen. Vier Plätze Unterschied. Machen wir weiter. Und einen Platz weiter auf der 8 sehe ich dann tatsächlich schon Villarreal. Und das ist ehrlich... Och Mann! Ja, okay. Villarreal, Punktlandung. Das ist gut, aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt auf Sevilla gehofft. Aber gut, Villarreal erstmal. Punktlandung auf Platz 8. Sie sagt auch echt schwer vorherzusagen, da einerseits Kike Setien einen guten Job gemacht hat nach dem Abgang von Unai Emery und sie souverän in die Europa League geführt hat und sogar teilweise an der Champions League schnuppern konnte. Andererseits hat man einen extremen Aderlass an vor allem wichtigen Spielern zu verkraften mit den Abgängen von Pau Torres, Nicolas Jackson und Chukwese, die wohl zu den Top 5 der wichtigsten Spieler der Vorsaison gehörten. Prereton, Diaz, Sirlot und Gabbia sind zwar nominell guter Ersatz dafür, dennoch ist der Qualitätsverlust enorm und wird gerade mit der Dreifachbelastung für eine nicht ganz so erfolgreiche Saison sorgen. Eigentlich perfekt getroffen. Man muss halt erwähnen, dass sie in der Hinrunde relativ schlecht waren. Die Rückrunde war dann deutlich besser. Vor allem mit einem Sirlot, der ja alles zerschossen hat. Also aber im Endeffekt die richtige Platzierung und dementsprechend bin ich da zufrieden mit. Und auf Platz 7 kommt dann der vorhin angekündigte Überraschungstipp und zwar habe ich da Chirona. Die werden mal... Och nee, ich habe Sevilla auf 6, erinnere ich mich gerade. Aber gut, bleiben wir jetzt erstmal bei Chirona und nicht bei Sevilla. Chirona auf 7 bin ich sehr zufrieden mit. Sind dann im Endeffekt nur 4 Plätze Unterschied. Aber hätte man vor der Saison verschiedene Leute gefragt, hat da glaube ich keiner Chirona höher als 7 gesehen. Dementsprechend bin ich da auf jeden Fall zufrieden mit. Auch wenn sie dann im Endeffekt nochmal deutlich mehr überrascht haben. Waren lange Erster, lange Zweiter, im Endeffekt dann relativ klar Dritter, sind in die Champions League gekommen. Aber für mich kam das jetzt nicht ganz so unerwartet wie für viele andere. Einer Ansicht nach erneut um Europa mitspielen. Denn auch wenn es ihre zweite Saison in der Liga ist, sehe ich keinen Leistungsabfall beim Partnerklub von Manchester City. Nur Romeo musste man von den Stammspielern abgeben, während man sich aber auf der Zugangsseite nochmal ordentlich verstärken konnte. Mit Daily Blind, den Laien von Savio und Pablo Torre und der Verpflichtung von Artem Dovböck, einem meiner absoluten Lieblingsstürmer aus der Ukraine. Jawohl, und der hat so performt, ist so gut eingeschlagen. Richtig nice. Auch wenn ich Chirona den Erfolg jetzt so nicht hundertprozentig gönne, aber für Dovböck hat es mich auf jeden Fall gefreut. Dem konnte man wichtige Spieler wie Arnaud Martinez oder Alex Garcia halten und steht somit vor einer erneut zeugenfreien Saison mit Aussicht auf einen einstelligen Tabellenplatz. Ja, bin ich zufrieden mit. Also, wie gesagt, Platz 7 ist jetzt nicht allzu weit entfernt und ich kann damit auf jeden Fall leben. Auf Platz 6 kommt bei mir dann der FC Sevilla. Ja, gut, immerhin jetzt. In echt haben sie komplett enttäuscht, wurden 14er. Ich hatte gehofft, dass sie ähnlich wie Villarreal sich nochmal in der Rückrunde fangen und wenigstens, ja, in Reichweite von Platz 6 kommen, aber das ist halt überhaupt nicht geschehen. Dementsprechend ist das mit 8 Plätzen Unterschied mein schlechtester Tipp. Das steht jetzt sogar schon fest, wenn ich mich nicht irre, aber, ja, Sevilla. Ja, gut, ich habe ja noch was dazu gesagt, mal reinhören. Hat Jibril so eine Rolle gespielt? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Die Saison von Sevilla war so komisch, habe ich auch fast überhaupt nicht verfolgt, aber, ja. Jetzt ist der Kader also tatsächlich besser und wenn man nur die Amtszeit und den Punkteschnitt von Mendilibar betrachtet, so müsste man zwangsläufig um die... Ja, gut, Mendilibar ist Geschichte, wurde Conference League Sieger mit Olympiakos. Champions League Plätze mitspielen und ich traue es ihnen auch zu. Allerdings sehe ich dann doch noch andere über ihnen, da sie auch oftmals gegen schwächere Gegner patzen, unter anderem durch einige, teilweise auch unnötige Platzverweise. Ja, das war auch wieder der Fall. Machen wir weiter. Rang 5 belegt in meiner Prognose Real-Sovietat. Trainer Al-Guafil ist... Okay, wurden Sechster am Ende, kann ich aber voll mitleben. Guter Tipp. ...schon einige Jahre im Amt und unter anderem durch diese Konstanz hat man letzte Saison seit langem mal wieder die Champions League erreicht. Kadertechnisch merzt vor allem das verletzungsbedingte Karriereende von David Silva, von dem sie trotz seines hohen Alters noch enorm abhängig waren. Auch Stammrechtsverteidiger Goro Sabel hat man abgegeben, aber mit dem ablösefreien Transfer von Amari Draure sich dort dennoch verbessert. Die Laie von Zerlot ist abgelaufen, aber was macht man da natürlich? Klar, man leiht den nächsten RB Leipzig-Stürmer mit André Silva. Gut, der hat jetzt auch nicht allzu gut funktioniert. Insgesamt wird es eine erneut erfolgreiche Saison, auch wenn Platz 4 laut mir jemand anderes belegt, denn... Ja, also Real-Sovietat auf 5. Wie gesagt, ein Platzunterschied. Haben dafür aber auch in der Champions League ordentlich überzeugt. Waren punktgleich mit Inter Mailand. Wurden sie sogar Erster, ich weiß es gerade nicht. Kamen aber auf jeden Fall sogar ins Achtelfinale. In der Liga dann Sechster. Gute Prognose. Da habe ich Betis Sevilla. Offensiv-Allrounder kam. Ja, bei Betis habe ich ein bisschen mehr gesehen, wie dann letztendlich drin war. Am Ende wurden sie siebter. Drei Plätze Unterschied geht aber auch noch voll klar. Anales ist überraschenderweise nach Mexiko gewechselt und wurde mit Isco ersetzt. Neben weiteren ablösefreien Neuzugängen mit Batra und Bejarin plus der Laie von Mike Roca von Leeds United. Mit Pellegrini haben sie einen sehr erfahrenen Trainer, der sie laut meiner Prognose in die Champions League führt. Da sie einfach am meisten Kontinuität von den Kandidaten hinter der Top 3 haben. Zusammen mit Sociedad. Wobei die alles in die Champions League hauen werden. Während Betis in der Europa League auch mal ein bisschen rotieren kann. Und sich so die Kräfte auch einteilen kann, um dann letztendlich Platz 4 klar zu machen. Ist Betis nicht sogar Vierter geworden in der Euroleague-Gruppenphase? Also, naja, nicht allzu gut gealtert. Da habe ich ein bisschen mehr gesehen im Kader und insgesamt. Aber komplett abwegig war das jetzt auch nicht. Und allzu weit entfernt war ich mit dem Tipp jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, jetzt könnte es schon krachen mit Platz 3. Kommen wir zu Platz 3 und die Top 3 ist eigentlich klar, so wie in jedem Jahr, aber... Nee, war sie nicht. Chirona wurde Dritter, Atletico Vierter in der Realität. Platz 3 ist tatsächlich sehr überraschend mit Real Madrid. Mit Ben... Äh, Real auf der 3. Schade. Ach, das war's schon. Das war alles, was ich zu Real gesagt habe. Gut, wurden Dominant-Meister, haben die Champions-Siege geholt. Da lag ich mal wieder komplett daneben, aber ja, machen wir weiter. Jetzt fehlen noch Barca und Atletico und ich glaube, Platz 2 habe ich nochmal eine Punktlandung. Dafür kracht dann Platz 1 nochmal umso mehr. Da wird laut meiner Prognose tatsächlich der Vorjahresmeister mit dem FC Barcelona. Barca feiert. Ist richtig, aber dafür ist dann halt eben Atletico erst am Ende. Er hatte ja letzte Saison einen souveränen Meistertitel dank guter Defensive. Kessier, Alba und Busquets hat man abgegeben. Gerade Busquets war noch auf absolutem Top-Niveau unterwegs und extrem wichtig. Ersetzt wurden sie mit Inigo, Martinet, Romeo und Gündogan, wodurch sie die Qualität aufrechterhalten konnten und Trainer Xavi sie taktisch weiterhin sehr flexibel aufstellen kann. Sie sind vielleicht nicht besser im direkten Vergleich mit Real Madrid, aber womöglich besser darin, individuell schwächere Gegner zu bespielen. Dennoch werden sie sich nach zwei blamablen Champions-League-Saisons diese Saison vor allem mal darauf konzentrieren, dort abzuliefern, was wiederum eine große Chance für meinen Platz 1 darstellt, denn das ist tatsächlich... Ja, und sie haben auch in der Champions League relativ überzeugt, sind sehr unglücklich gegen PSG im Viertelfinale ausgeschieden. In der Liga ist es ja mehr oder weniger so eingetreten, wie ich es gesagt habe, auf Platz 2. Also da lag ich eigentlich richtig. Ich fand auch, dass die Saison unter Xavi oftmals schlechter gemacht wurde, als sie war. Und auch generell fand ich sie nicht so schlecht, wie es manchmal hieß. Also das war eine völlig solide Saison mit Platz 2 am Ende mit 85 Punkten. Nur war Real halt deutlich besser. Und nicht Atletico Madrid. ...atletico Madrid. Ja, und das ist wieder so ein bisschen abhandeln gekommen. Klasse Form. Die Frage... Ja, und Griezmann war zwar wieder gut, aber nicht ganz so gut. Frage ist, ob man das... Wie in der Rückrunde damals. ...aufrechterhalten kann mit der erneuten Dreifachbelastung zu Saisonbeginn. Den Kader haben sie jedenfalls zusätzlich mit Sir Jünschü, Atspili Greta und Javi Galan sehr gut in der Defensive. Weiß ich jetzt nicht. Also Atspili Greta hat eine gute Rolle gespielt. War jetzt auch nicht herausragend, aber die anderen beiden waren im Winter, glaube ich, schon wieder weg. ...die Tiefe verstärkt. Nach dem Abgesang auf Simeone zu Beginn der letzten Saison würde ich es ihm definitiv gönnen, sich mal wieder mit Atletico ganz an die Spitze zu setzen. Auch wenn das wahrscheinlich ein sehr gewagter Tipp ist. Ja, der war gewagt. Sind am Ende drei Plätze Unterschied. Dass Atletico nicht mal Dritter wird, habe ich so nicht kommen sehen. Also es war schon in meinen Gedanken eng zwischen Real Barca und Atletico. Dass sie Vierter werden, war jetzt überraschend. Aber ja, ist jetzt auch kein Beinbruch. Ich rechne jetzt mal alle Punkte zusammen. Am Ende komme ich somit bei einer Summe aller Differenzen. Wie viele Plätze ich daneben lag bei den einzelnen Teams von 50 raus. Was an sich ein guter Wert ist. Vor allem mit 20 Teams in der Liga. Also damit kann ich auf jeden Fall leben. Aber gerade wenn man sich die Tipps anschaut, wäre da eigentlich nochmal ein bisschen mehr drin gewesen. Und dann waren es einfach ein paar dumme Fehler. Aber gut, vor der Saison kann ich das natürlich als nicht wissen. Es war so, dass ich bei Sevilla um 8 daneben lag. Bei Alaves um 7 und bei Granada um 6. Ansonsten lag ich bei keinem Team um mehr als 4 Plätze daneben. Also die ungefähre Tabellenregion habe ich jeweils ganz gut prognostiziert. Aber ja, schauen wir mal an, was das im Vergleich mit den anderen Saisons und anderen Ligen so ausmacht. Ja und wir sehen, vielleicht war ich gerade ein bisschen zu negativ. Das ist an sich schon mal echt gut. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es sich um eine Liga mit 20 Teams handelt. Während zum Beispiel in der Liga A hatte ich 49. Das klingt zwar besser, aber da sind es nur 18 Teams. Also in der La Liga war ich da schon nochmal besser im Vergleich. Auch im Vergleich zum Vorjahr habe ich mich deutlich verbessert. Das stimmt mich auf jeden Fall positiv. In der Premier League war ich zum Beispiel leicht besser. Ansonsten gab es jetzt aber nicht viele Saisons, in denen ich auf jeden Fall klar besser war. Daher bin ich zufrieden. Letztendlich kann damit auf jeden Fall leben. Schreibt mir jetzt mal gerne eure Meinung zu meiner Prognose in die Kommentare. Vielleicht auch, was ihr so vor der Saison erwartet habt. Oder generell eure Gedanken zur Liga. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.